Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich denke, mit diesem Thema kommt auf der einen Seite das Intimste überhaupt, nämlich ein Brief, ein Briefwechsel. Und gleichzeitig wird ja in diesem Briefwechsel nicht nur Intimes zwischen den beiden Künstlern diskutiert, sondern eben öffentliche Projekte, auch die Wirksamkeit von Kunst. Und gleichzeitig haben wir zwei Künstler, die auf der einen Seite Boris Lurie eigentlich sein Leben bewältigt mit der Kunst und der andere aufklären will. Also auch da nochmal die Spannung zwischen Privat, Lebensbewältigung durch Kunst und Kunst, die sozusagen was propagieren soll, die aufklären soll, die die Gesellschaft aufklären soll. Und ich fange an mit einem Projekt, das war in der Nähe von New York, ein dreistündiges martialisches Happening von Wolf for Stel, das Szenen des Krieges und eines Terroranschlages simuliert und unter dem Titel You stattgefunden hat. Sie sehen das hier auf dem Plakat. Jetzt muss ich gerade mal schauen, habe ich das jetzt falsch rum? So, ja, hier haben Sie das Plakat. Auch hier eine Verwischung einer Strandszene, also einer sehr friedlichen Szene. Und das fand also statt am 19. April 1964 auf dem Gelände der Privatvilla eines Künstlerehepaars Bob and Red Brown in Great Neck auf Long Island. Es begann mit einer Action-Performance im Theater, in diesem Cricket-Theater in der Tenth Street. Und unter dem Publikum, unter dem waren sehr viele Intellektuell, aber vor allen Dingen Künstler beteiligt. Also es war sozusagen ein Fachpublikum, muss man sagen. Die mussten auch sich anmelden, ein Ticket erwerben für drei Dollar. Da war also Alan Capro natürlich dabei. Da war dann Dick Higgins, Lil Picard und auch eben Boris Lurie. Der war auch dabei. Die kannten sich aber noch nicht. Lurie kam einfach, weil er immer dabei war. Und er kam natürlich auch aus der Tenth Street, genauso wie das Cricket-Theater. Also es lag für ihn um die Ecke. Er hatte nämlich eine Galerie, die March-Galerie, gegründet, mitgegründet eigentlich. Alan Kuning hat sie eigentlich gegründet, aber er hat sie dann übernommen. Und sie als eine Art Koop, also als eine Künstlerkooperative, was wir ja auch hier aus West-Berlin kennen, die vielen Großgörschen etwa Selbsthilfe-Galerien. Also so ein ähnliches war das eben auch in einem Souterrain. Und das Ganze begann eben mit einem Action-Lecture zwischen Alan Capro und Wolf Verstel über ihre unterschiedlichen Vorstellungen, was eigentlich ein Happening sein sollte. Wir haben jetzt einen Indiz. Wir können also ziemlich genau sagen, dass er hier dabei war. Und zwar, wenn Sie hier mal sehen, die Rückenansicht, das ist ja nun der Lurie. Und daneben ist seine damalige Freundin, 1964 war er schon nicht mehr in der March-Galerie. Er hatte sich schon nach Uptown entwickelt und hat ihm also ihre Galerie zur Verfügung gestellt. Und hier sehen wir also eine der Szenen. Wir werden das nachher nochmal sehen. Und hier ist jetzt aber auch vor dieser Performance, die hier auf dem Trampolin stattfindet, hier ist auch der Jährling, der Rudolf Jährling, der ihm nun als Galerist und Architekt in Wuppertal die berühmte Galerie Parnass geleitet hat. Und dort, das ist eben interessant, fand auch die erste Retrospektive von Verstel statt und auch ein Happening, was damit zusammenhängt. Also hier nochmal. Und hier sehen Sie also, ein Jahr davor, ein Jahr vor diesem View, fand eben die erste große Happening in einem Stadtgebiet statt, das hier als neun Neckolagen von ihm bezeichnet wurde. Man fuhr also mit zwei Bussen. Hier, Sie sehen hier, also das ist ja immer bei ihm, diese Pläne, die er macht, das sehen wir gleich jetzt auch für You, das beginnt dann an den verschiedenen Stationen, beginnt an der Galerie Parnass und endet auch wieder dort. Und die Busse fahren dann diese Strecke und das sehen wir hier, wie Sie hier in den Bussen sitzen, die Zuschauer. Und das ist eine dieser neun Stationen, wo es eben darum geht, Leben als Bild, Bild als Leben. 14. September 1963, ein Jahr vor der For You. Und dann endet das Ganze in der Eröffnung abends, kurz vor 22 Uhr, in der Galerie Parnass, was also eigentlich eine sehr schöne, edle Villa war, wo dann auch die 24 Stunden Happening stattfand und so weiter. Und hier haben wir jetzt, und das ist jetzt der zweite, das ist eigentlich der Beleg dafür, dass Sie sich überhaupt getroffen haben, das ist eben dieser erste Brief, den Lurie an Ihnen geschrieben hat. Und wir sehen natürlich jetzt schon hier allein aus dem Nein-Golagen und der No-Art-Bewegung die Nähe. Da geht es um ein Nein-Sagen in jeder Beziehung. Und das entscheidende Indiz war dieser Brief. Er war natürlich von diesem Happening, von einer ganz bestimmten Szene, die wir gleich sehen werden, beeindruckt, der Swimmingpool und Leichen, die sich sozusagen übereinander legen. Und das ist jetzt der Ausgangspunkt, dass er unbedingt mit diesem Hostel Kontakt aufnehmen will. Und er versucht, ihn im Hotel zu erreichen, steht ja auch hier in dem Brief, und erreicht ihn nicht. Und nun kommt also die Lil Pickhardt ins Spiel, eine gemeinsame Freundin, die auch in dem Briefwechsel immer wieder auftaucht. Dazu kann ich jetzt im Einzelkümmer vielleicht in eine Diskussion, die kommt eigentlich aus Landau in der Pfalz und kommt mit ihrem zweiten Mann, dem Banker Judell, dann als Juden, als Flucht sozusagen vor dem Antisemitismus in Deutschland nach New York und arbeitet dort als Malerin, als Performerin und ist also eine enge Freundin von beiden. Und die vermittelt jetzt die Adresse. Leider ist jetzt hier bei der Umwandlung in ein PDF der schöne Umschlag nicht mehr drauf. Da geht der Brief also in die Bismarckstraße nach Köln. Und hier streibt nun Luri, some scenes from your happening, the swimming pool in particular hat ihn fasziniert. Und das ist sozusagen ein zentraler Ort dieser ganzen Geschichte. Sie sehen also hier wieder so eine Übersicht. Man kommt also, erstmal geht man in das Cricket-Theater, dann wird diese Diskussion geführt zwischen Capro und Vostel. Und nun wird man darauf transportiert, auch wieder mit einem Bus und kommt also hier an und geht jetzt nun diesen Weg an dem Tennisplatz vorbei und geht dann zu diesem Swimmingpool. Und hier ist auch das Trampolin, hier sind diese Fernseher. Und dann geht es also weiter und hier endet dann das Ganze mit einem brennenden TV-Gerät auf dem Fahrrad und mit einem riesen Fallschirm, der sich über die Menschen legt und alles ist mit gelb, sozusagen gelben Pulver bedeckt und es gehen Rauchwolken auf und so weiter. Also das Ganze ist sehr dramatisch. Und wie Sie hier sehen werden, das kann man also hier auch sehen, die Leute kriechen auf einem engsten Raum hier entlang. Und das sehen Sie also hier. Es wird eine Panik erzeugt, es wird eine Stimmung erzeugt, wie eben nach einem großen Terroranschlag. Man sieht Rauchwolken, es brennt, man kriecht zwischen Stacheldraht hier durch. Und hier sehen Sie also diesen Swimmingpool. Der ist leer, ist weiß gestrichen und daneben ist auch das Trampolin. Und Sie sehen, in diesem Swimmingpool ist ein Rest Wasser, das aber durch diese Farbbeutel, diese riesigen Farbbeutel, rot, gelb und so weiter gefärbt ist. Und da sind dann noch zwei Schreibmaschinen unter Wasser. Und hier werden sich die Leute aufgefordert, sich hinzulegen, sich übereinanderzulegen, wie also in einer Grube nach einer Massenerschießung. Und hier rechts ist eben, als wäre das, Entschuldigung, als wäre hier eine nackte Frau, die das hier performt. Und Sie sehen, das ist also direkt neben diesem Swimmingpool. Und hier sind dann auch Krankenbetten, auf denen Fernseher stehen, wo dann also Farbfilme ablaufen. Also das ist etwa die Ausgangssituation, die hier stattfindet. Und die natürlich etwas triggert bei diesem Boris Lurie, wie wir gleich erfahren werden. Nämlich das, was er selber sich immer versucht vorzustellen, wie die weiblichen Teil seiner Familie erschossen wurde in dem Wald von Rombola, auch in solchen Massengruben. Das werden wir aber noch sehen. Ich werde jetzt hier nicht, ich habe hier natürlich den Ablauf, den Frustell selber auch sehr schön formuliert hat. Und er sagt also genau, was passiert. Was ich noch vergessen hatte, zwischendrin geht man in einen schwarzen, dunklen Stall, aus dem immer diese Stimme kommt, Juh, Juh. Sie kennen vielleicht diese Plakate aus dem Ersten Weltkrieg, wo der Offizier dann sagt, Juh, du musst zur Front, du musst hier eingezogen werden. Das ist ja ein Plakattypus, der also immer wieder auftaucht, in dem er hier eben auch aufgreift. Er schreibt hier auch im Ablauf, die Griechen eben in den Swimmingpool bilden einen Berg aus Menschen, diese vermischen sich mit Farbsäcken, die platzen und es entsteht eine chaotische Form. Menschen binden sich Knochen an den Körper. Und diese Frau, die auf einem Trampolin, die heißt Lette, sie springt auf dem Trampolin mit den blutigen Ochsen, mit diesen Ochsenlungen, die habe ich vergessen zu erwähnen. Das sind also Lungen aus dem Schlachthaus, die hier, also hier daneben hier liegen. Und das ist also jetzt die Ausgangssituation, die Lurie gesehen hat, auf die er reagiert. Und das wäre dann auch am Schluss ganz dramatisch, wenn dann sich dieser Fallschirm über die Leute deckt, dann dieser Lärm und das alles und die müssen sich da aus diesem sozusagen befreien und den Weg zurückfinden dann zu der Busstation, die sie dann wieder nach New York bringt. Also es wird hier Vernichtungslager, Massenerschießung, Krieg, Stacheldraht und so weiter, es wird eine Grenzerfahrung erzeugt. Und das sagt auch Vostell, das ist sozusagen diese Grenzerfahrung mit Empfindungen von Ekel, Scham, Angst und so weiter. Und Vostell, ich zitiere ihn wörtlich, sagt, der mitspielende Teilnehmer erfährt mehr über die Tiefen seiner Aggressivität und mehr über die Tiefen seiner Verletzlichkeit. Er gewinnt das Empfinden für Risiko, denn er ist gezwungen, mehr als gewohnt, aus sich heraus zu gehen. Er findet sich auch in seiner Intimsphäre angesprochen und die Überwindung seiner Hemmungen ist ein Schritt zur Carthasis. Das ist ein entscheidendes Stichwort, der ihm den Grund dazu legt, in einer Reflexion und Introspektion das Erlebnis seiner Empfindungen in erlösende Erkenntnis umzuwandeln. Das ist also sozusagen das Programm, was Sie ja auch kennen, was bei Vostell eine große Rolle spielt. Also eine Art, das volle Risiko einzugehen, Selbsterfahrung zu machen. Und das ist für ihn eben, das Happening ist für ihn eine moralische Anstalt. Und nur aber als Beispiel, wie das gewirkt hat, zitiere ich hier Mercedes, seine Frau. Die hat nämlich bei den neuen Nein-Collagen mitgewirkt in Wuppertal, war da immer dabei und hat natürlich neugierig auch auf die Reaktion des Publikums geachtet. Und da gibt es eine Station in Wuppertal, die spielt in einer Fabrik und da ist eine Art Luftschutzbunker mit vergitterten Räumen. Und da schreibt sie, diese Aktion kam mir sehr lange vor. Hin und wieder ging ein ziemlich kräftiger Mann in Bekleidung eines riesigen Hundes den Gang entlang. Und als ich die New Yorker Kunsthistorikerin, Lil Picard, da taucht sie wieder auf, rufen hörte, dass Vostell sie da rauslassen solle, dass sie es nicht mehr aushalte, glaubte ich, dass das Happening zu Ende wäre. Ich dachte, es reicht, Wolf. Nun ist es aber genug. Meine Stimmung änderte sich aber, als jemand anderes rief, Vostell, du hast eine tolle Fantasie. Einige umarmten sich, andere lehnten sich an die Wände und kehrten den anderen den Rücken zu. Also das ist sozusagen die Situation und ist interessant in dem Gespräch zwischen Keppro und Vostell, da sagt Vostell, dass es eben auch bei ihm in den Happenings um solche Erfahrungen geht, wie bei Lurie, dass er sagt, es sind Kriegserfahrungen, die bei der Konzeption eines solchen Happenings für ihn eine Rolle spielen. Ich zitiere wieder, wir stimmen darin überein, also Keppro und er, dass Erinnerungen aus unserer Kindheit Träume und Wünsche die Wahl unserer Aktionen beeinflussen. Ich lebte meinen ersten Happenings, als ich acht oder neun Jahre alt war, während eines Fliegeralarms. Wir mussten alle einen Kilometer aus der Schule in die freie Landschaft laufen und jedes Kind musste sich selbst überlassen, alleine unter einem Baum verstecken. Und von da aus sah ich Flugzeugschlachten und Bomben auf die Erde fallen, wie Vogelschwärme. Und Mercedes Vostell erläutert das nochmal und sagt, Vostell habe in der Czeslowakei, wo die Familie ja Zuflucht gefunden hatte, in der NS-Zeit, einmal ein lautes Geräusch von einem Flugzeug gehört und wie jedes Kind war er neugierig, er wollte sehen, was passiert war. Das Flugzeug war abgestürzt und lag in tausend Stücken und Körperteile überall. In einem Baum hat er dann das Gehirn des Piloten hängen sehen und das konnte er nie vergessen. Es gibt ja diese große Arbeit auch von ihm mit dem Baum. Ja, also jedenfalls, dieser Brief an Vostell, wo er diese Szene lobt, das ist eben genau der Moment, da hat der Vostell, ohne es natürlich zu wissen, bei ihm, bei diesem Boris Lurie, einen Nerv getroffen, nämlich das Phantasma einer Massenerschießung in einer Grube, die auch eben den Teil seiner Familie getroffen hat. Und wir wissen ja, im Herbst 1941 in Riga, er stammte ja eigentlich aus Leningrad, kam aber in seinem ersten Lebensjahr nach Riga und da wurde die Familie geteilt. Es gibt dieses Ghetto, wir sehen nachher auch noch ein Bild von dem Plan, wo man das verorten kann in Riga, da wurde die Familie geteilt in ein kleines Ghetto, da war eine Art Arbeitslager eingerichtet für Männer. Und er machte sich ja älter auch, er war also damals 17 Jahre alt, machte sich älter, was wir auch dann sehen, auch aus KZ-Akten und was auch viele gemacht haben, um eben als arbeitsfähig zu gelten, aber eben seine Großmutter, seine Mutter, seine ältere Schwester, seine jüngere Schwester und seine geliebte, Luba Dreskova, die wurden in einem anderen Lager mit dem Versprechen, die kommt in ein anderes Lager, wo man dann leichtere Arbeit machen kann und so weiter und sie wurden eben am 8. Dezember in den Wald von Rumpolak geführt, acht Kilometer südlich von Riga und dort erschossen. Und dieses Unfassbare, was dort geschah, zeig mal gerade, also das ist eben die Situation, die hier ausgelöst wird durch diesen Swimmingpool und das ist jetzt hier nochmal der Tennisplatz mit dem gelben Pulver und hier, da gibt es ein einziges Foto von diesem Marsch, von dieser Deportation zu der Erschießungsstelle, völlig unscharf, aber das ist ein Dokument sozusagen und das ist eben etwas, was er immer vor Augen haben wollte. Das sehen Sie hier, ein Blick in sein Atelier in New York, also er versuchte sich immer vorzustellen, was ist eigentlich mit meiner Geliebten passiert, die war das eigentlich, es war mitten im Winter und es gibt einen Bericht, den Anita Kugler, eine Taz-Journalistin und Historikerin, aus vielen Berichten zusammengestellt hat und ich lese Ihnen jetzt nicht vor im Ganzen, aber nur da wird eben genau geschildert, wie die sich hinlegen mussten, mit dem Gesicht nach unten, übereinander und wie dann, also die an der Grube stehen, im Fließbandtakt erschossen werden und mit russischen Maschinenpistolen auf Einzelfeuer gestellt, eine Kugel ins Genick, wie jeden Mann, jede Frau, jedes Kind, Säuglinge und Babys lässt man in den Armen der Mütter sterben, sie werden erdrückt von den nächsten Zehen, die sich über sie legen werden, die übernächsten Zehen und so weiter, plattsparend auf die Körper legen, einmal auf die Füße, einmal auf die Köpfe. Also diese Simulation eines Leichenberges löst bei ihm diese Frage aus, die ihn sein Leben lang beschäftigt, die versucht, sich vorzustellen, was da eigentlich passiert ist. Es gibt keine Bilder davon, es gibt keine Fotos und es gibt eben nur diesen einen Bericht von einer Überlebenden, die also sich totgestellt hat und diese Massengrab, das war das, was Vostel da bei ihm ausgelöst hat. Und jetzt gehe ich nochmal auf diese Pinnwand zurück, also wir sehen hier auf der einen Seite, und das ist jetzt erstmal die Ateliersituation, hier sehen wir es nochmal größer, da ist also hier oben seine Geliebte, die hier also in einem ganz konventionellen Foto als Brustbild zu sehen ist und auf der anderen Seite sehen wir, also dazwischen sind pornografische Bilder, Gourmet, Handschuhe, so weiter und hier drüben auf dieser Seite sehen wir also ein ganz seltenes Foto einer anderen Situation, nicht in Rumpola, sondern in der Nähe von Lipaya, in den Dünen von Skete, eine Frau, die sogar einen Namen hat, Mia Epstein, vor der Erschießung. Wir sehen, sie ist also nackt, sie schützt ihre Brüste, kreuzt ihre Hände von dem Oberkörper und diese voyeuristische Fotografie wird hier also auch, weil wissen wir sogar den Fotografen, ein SS-Scharführer namens Karl-Emil Strott und wir sehen im Hintergrund schattenhaft hier diese Soldaten. Also das war auch etwas, was offensichtlich damals ganz üblich war, dass deutsche Soldaten und Offiziere Fotos gemacht haben von ihren Opfern, bevor sie ermordet worden sind oder auch danach. Das wurde dann verboten, man wollte das, also es gab ein Fotografieverbot, man wollte das eben nicht, die haben das dann nach Hause geschickt und so ihren Familien. Es gibt ein Filminterview mit Boris Lurje, da fragt die Kunsthistorikerin Estera Millmann nach diesem schockierenden Foto hier an der Wand und fragt ihn, warum hängt dieses Foto hier an der Wand? Und Lurje antwortet, um zu wissen, was geschah. Ich war nicht dort. Diese quälende Frage war eben damals, was geschah in Rombola? Das war sozusagen sein Stimulus für seine künstlerische Arbeit, das zu begreifen, dafür Bilder zu finden und es war auch ein zentrales Thema in diesem Briefwechsel mit Wolf Vostel. So begann eben der Briefliche, mit dieser brieflichen Kontaktaufnahme eine Künstlerfreundschaft, die ihn gehalten hat, bis zum frühen Tod von Vostel am 3. April 1998, über 34 Jahre und es gibt allein 94 Briefe, die Boris Lurje an Vostel geschickt hat. Ja, für Boris Lurje, ich sagte es schon, war es ein Überlebensmittel, diese Kunst, diese Auf- und für Vostel war es eben ein Medium der Aufklärung und rückblickend sagt Vostel über ihre Begegnung zur gleichen Zeit, ja, ich lernte Boris Lurje kennen, es war ganz natürlich, dass ich eine Begegnung ergab, weil wir am selben Thema an den gleichen Ausdrucksweisen arbeiteten. Boris' Gewissen und seine eigene empirische Erfahrung bestimmten seine Künstlerpersönlichkeit und er klagt dieses Vernichtungswerk von Hitler an. Ja, es ging um diese Unbegreiflichkeit der Gewalt, das ist für beide ein ganz zentrales Thema, aber eben, weil Boris Lurje hat es nochmal diesen ganz persönlichen Aspekt, bei Vostel spielen auch Erfahrungen in Krieg, Begegnungen, Bilder, die er im Kopf hat, eine Rolle und sie tauschen sich also darüber aus und ein erstes Anlass war 14. August 64, der Tod von Boris Lurys Vater, der ja mit ihm gemeinsam haben die vier Lager überlebt und sind natürlich sehr eng zusammengewachsen und für ihn ist er ein Schock. Er sagt, ich war aber zur Beerdigung meines Vaters in Israel, er wollte in Israel beerdigt werden, Boris Lurje übrigens auch und der Tod eines Vaters ist ein ganz grauenhaftes Ereignis. Und so weiter, da schreiben sie, das ist also ein Thema. Dann ging es natürlich auch um ihre Galeristen, um ihre, das war das Tolle, dass natürlich Vostel ihm alle Galeristen genannt hat, die er hatte, dass René Bloch war und so, also er war wirklich, das hat er sicher mit keinem anderen Künstler gemacht, er hat ihm alle Kontakte ermöglicht, das will ich jetzt nicht im Einzelnen hier ausführen, das ist eine eigene Geschichte. Und dann war ein anderes Thema, waren jetzt hier, ich habe jetzt einen weiteren Brief hier vom 28. Februar 1966 und dann, da geht es also um Mailand mit dem Galeristen Schwarz, der auch Bilder von Lurje gekauft hat, die jetzt in Tel Aviv sind, weil er seine Sammlung Israel, dem Museum in Tel Aviv vermacht hat und da sehen wir also, wie er nun nach diesem Buch fragt hier, was er Vostel gemacht hat, mit dem Lyriker, Dichter Jürgen Becker und er stellt also fest, dass er da drin ist und zwar mit diesem großen Manifest, was er mit Sam Goodman gemacht hat, die letzte Ausstellung eigentlich, wo alle Brücken abgebrochen wurden, die No-Sculpture Ausstellung mit diesem Scheißhaufen, die auch jetzt im Kunsthaus Dahlem in der Ausstellung zu sehen sind. Das ist also ein Manifest, wo Sie nochmal sozusagen die ganze Kunstszene, den ganzen Kunstmarkt, die Galeristen herausfordern. Die Scheißhaufen haben alle Namen von Galeristinnen und Galeristen und sie haben gemerkt, es läuft ins Leere. Die Leute kommen, gucken sich das an, amüsieren sich und irgendwie schreibt ihm dann auch der Tom Wolf, pass auf, du musst da noch was lernen, das ist hier, das verpufft eben. Und das war dann auch erstmal das Ende, der Tod des Vaters, diese Ausstellung, dann hat Noé also erstmal sich zurückgezogen und hat erstmal seinem Vater bewiesen, dass er auch Geld verdienen kann. War auch ein wichtiges Thema. Jetzt geht das nächste Thema, ist diese Miss-Vietnam-Geschichte, die ich jetzt auch nur streifen kann, wo er dann also nach diesem Buch hier frägt, das also in San Francisco erschienen ist. Das ist also praktisch das Filmdrehbuch zu einem Film zu Miss-Vietnam und da geht es natürlich auch, ähnlicher wie auch hier am Rathenauplatz, immer diese Spannung zwischen Miss, die Misswahlen, die Schönheit der Frau, die Vermarktung der Frau, die Kommerzialisierung der Frau und auf der anderen Seite hier ist der Schießstand, auf dem er das inszeniert hat. Hier ist diese, das ist also eine der drei Puppen, die jetzt hier also aufgeschlitzt wird als die Schaufensterpuppe sozusagen, die die Norm, die Schönheitsnorm der kommerzialisierten Konsumkultur darstellt, die hier also mit diesen Patronen belegt wird und dann hier von den Teilnehmern mit dem Bügeleisen bearbeitet wird, dann verbrannt wird, dann hier als Verbranntes überbleibt und so weiter. Ja, und jetzt kommt noch ein wichtiges Thema, die Zeit schreitet voran, ich muss mich kurz fassen, aber ein wichtiges Thema am Schluss ist eben seine erste Reise nach Riga. Da hat er sich also immer wieder drum bemüht, wollte immer wieder, hat neue Anläufe gemacht und ist letztendlich, immer wieder hat er es verschlafen oder verpasst und so weiter. Und dann schreibt er eben eines Tages ganz stolz an den Vostel, ich habe es geschafft, ich bin jetzt, ich fahre am 16. August mit dem Schiff als Intourist, mit Intourist nach Leningrad, dann von dort nach Riga und dann nach Moskau und nach Israel. Und da berichtet er eben, ich bin auf langer Fahrt, das ist der Brief hier, ich bin auf langer Fahrt in Russland und dann berichtet er nach dieser Reise am 23. November, ich bin dann in Israel gewesen, seit mehr als zwei Monaten, gleich nach Ankunft in Israel, an Ruhe erkrankt. War ganz schlimm. Seit einer Woche bin ich schon okay. 23. Januar schreibt er, ja, heute wieder gesund, verrückt, viel Arbeit nachzuholen, aber am 19. Februar muss er feststellen, bin noch immer nicht ganz in Ordnung, Fuß und Augen, von der langen Erkrankung, die ich von meiner Heimreise mitgebracht habe. Und schließlich berichtet er eben dann am 13. März 1977, ich habe an einem Buch arbeite ich. An einem Buch, das heißt in Riga, der Titel ist da, steht schon fest, in Klammern Russlandreise und das ist hier quasi der Umschlag dieses Buches. Das ist nämlich eine Mappe von Riga, ein Stadtplan, und da sehen Sie also hier, das war das Ghetto hier, dieser Bereich, da hat er dann auch gelebt. Und das sind all die Orte eingezeichnet, die eben mit dieser Besetzung und dem Terror gegen die Juden verbunden sind. Und jetzt haben wir 10 vor 4, ich würde sagen, ich höre jetzt auf, das ist ja eigentlich das Wichtigste gesagt, ich zeige noch ein paar Bilder, also hier ist eben die heutige Gedenkstätte, damals wurde das natürlich völlig geleugnet, dass das Juden sind, da hieß es dann nur Opfern des Faschismus und so weiter, und natürlich alles Russen, und jetzt ist das die heutige Situation, das sind die drei großen Gruben, hier ist auch Luzasiella, das ist die Straße, in der er dann im Ghetto seiner Familie lebte, und hier sieht man also einen Stein, für die Christa Rescuno war, für seine Freundin und auch für Boris hier. Und das ist dann das Ergebnis, seine Bilder, die er macht, mit diesen Dismembered Women, und die er dann hier bezieht, auf dieses Foto, das er nennt, der Autor ist Adolf Hitler, der das verursacht hat, dann die Striptease, ein Thema, was zu tun hat, dass die Frauen sich da ausziehen mussten, ja, und dann gibt es diesen Brief von Vostel, der also ganz schön, also diese jüdische Tradition aufgreift, der Kommentare, und da eben sagt, also bleib bei deiner Sprache, keine Verhochdeutschung, es geht darum, das ist viel glaubwürdiger, wenn du eben in deiner eigenen Sprache, in deinem Dialekt, in deinem wunderbaren baltischen Deutsch bleibst, und das Ganze ist eben eine Gemara, also ein Textblock, der im Talmud die Mishnah wiedergibt, die erste Niederschrift der mündlichen Tora, und ja, und dann geht es eben um die Gedichte, die er geschrieben hat, und die so sehr ergreifend sind, und hier eine Woche vor Vostels Tod schreibt nochmal Boris Lurian ihn, und sagt, naja, meine Kontakte CIA und NKVD-Quellen, weiß ich, dass es dir besser geht, ich hoffe, dass es wirklich so ist, wir müssen uns unbedingt bald endlich treffen, und eine Woche später stirbt Vostel und ganz unerwartet, und dann schreibt er eben noch dieses Gedicht, und ja, verabschiedet sich dann auch von Mercedes, und fragt sie, ob es noch vielleicht Illustrationen gibt, die Vostel ihm ja versprochen hat, für seinen ersten Gedichtband. Vielen Dank für Ihre Geduld, dann endlich der Mutter. Ja, vielen Dank, Herr Gillen, für diesen Einblick in sehr private Themen, die hier öffentlich geworden sind, auf eine Weise, vielleicht stellt sich die Frage, was für eine Art von Öffentlichkeit das hier eigentlich ist, die hier hergestellt wird, dadurch, dass Boris Lurie sich an Wolf Vostel wendet, es ist ja auch in gewisser Hinsicht ein Gegenüber, ein Publikum, wenn man so will, für die Aufarbeitung, die Boris Lurie Zeit seines Lebens machen musste, und dieses eben auf künstlerischer Form gemacht hat. Sie hatten ja eingangs auch gesagt, der Unterschied, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen Boris Lurie und Wolf Vostel, ist eigentlich der, dass Lurie aufgearbeitet hat, seine eigene Geschichte aufgearbeitet hat, seine Erfahrungen und dass es Wolf Vostel zusätzlich auch noch um einen aufklärerischen Impuls ging, also dass er auch nicht nur seine eigenen Erfahrungen verarbeiten wollte, sondern auch andere dazu anregen wollte, sich mit der, ja, mit den Erfahrungen, mit den eigenen Erfahrungen, aber auch mit der mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Meine Frage wäre hier so ein bisschen, Sie haben es ja schon mal, Sie haben es im Grunde skizziert, aber vielleicht können Sie es noch mal zusammenfassen, wie man das auch an den Werken festmachen kann, dass es hier so unterschiedliche, ja, vielleicht auch Positionen innerhalb dieses Systems von Opfertätern, von Gewalterfahrung und Gewaltausübung auch gegeben hat. Ja. Ja, also ich meine, bei ihm sehen Sie ja auch, die Kunst von ihm ist ganz anders als die von Vostel. Er hat ja diese Dismembered Women gemacht, er hat diese pornografischen Bilder gemacht, er hat sehr persönliche Bilder gemacht, die einfach diese Frage, das erlebt das Ganze ja in der Pubertät, 17 Jahre alt, und die erste erotische Erfahrung war ja noch unerfüllt, das war ja im bürgerlichen Rahmen natürlich so, dass man Händchen gehalten hat, vielleicht sich geküsst hat und die ganze Sexualität war ja noch gar nicht möglich und dann kommt diese Vernichtung und dann verbindet sich im Kopf etwas mit Sexualität und Vernichtung, das er aufarbeiten musste. Da geht es um Striptease, aber er geht auch in diese Lokale, in diese Tanzlokale, es gibt ganz viele Bilder, Gemälde und Zeichnungen, wo also einsame Männer da hinkommen und die Frauen also für Tencent sozusagen einen Tanz gewähren und so weiter und er erforscht diese Welt und geht dieser nach, die ihn einfach bewegt und dann geht es ja wirklich darum, Step by Step sagt er ja, was war damals, ja, she is naked, sie ist mit anderen Frauen, die auch nackt sind, sie zittert vielleicht, es ist kalt, es ist minus acht Grad, sie wartet vielleicht stundenlang, da ist Schnee, wie ging das mit dem Schuss, was passierte da, also das sind die Dinge, die ihn beschäftigen, die er dann auch beschreibt, als er an diesem Schauplatz ist, wo er ja dann auch krank wird, wo er also monatelang krank ist, da geht es ihm wirklich um diese Details und er erforscht das und er sagt, jetzt, wo ihm das sowieso schon gequält hat, ja, und es ist ja auch immer noch das Problem des Überlebens, das ja, wir kennen ihn auch von Adorno, also das Überlebthaben, hat ja für viele bedeutet, dass sie am Ende sich dann doch umgebracht haben, ja, weil sie das nicht ausgehalten haben, dieses Schuldgefühl des Überlebens und dann sagt er, wie soll ich das jetzt inkorporieren, nachdem ich dieses Rumbulla gesehen habe, wo dann schon, also sozusagen, die Götterdämmerung, dieser Imagination, da auf mich zukommt und dann heißt das natürlich für ihn, das habe ich jetzt halt sehr kurz gemacht, aber das sind also bestimmte Bilder, die er eben dazu malt, das sind auch Fantasien von Frauen und deutschen Frauen, die er umbringen will, wo er sagt, vielleicht habe ich dann einen besseren Schlaf, wenn ich mal eine wirklich mit eigenen Händen erwürgt habe, solche Fantasien, die er auch dann schreibt, die er also auch in seinem Erinnerungsbuch in Riga formuliert, ja, und das ist natürlich ein großer Unterschied wie zu Fustel, der zwar auch so eine Erfahrung mit dem Gehirn in so einem Baum mal in einer Arbeit umsetzt, bei ihm ist es ganz anders, er will Wirkung zeigen, er will die Menschen erreichen, er will den Zivilisationsbuch der Deutschen wirklich propagieren, ihnen zeigen, Reue, Umkehr, Frieden gegen die Gewalt und so weiter, ist ein ganz klares pädagogisches Programm und das ist eben bei Lurie überhaupt nicht, er hat keine Hintergedanken, er will niemanden das erklären, er will niemanden aufklären, er will einfach nur sich selbst aufklären über das, was er erlebt und was er eben nicht erlebt, was er nicht gesehen hat, was noch viel schlimmer ist als das, was man erlebt, dass diese Fantasie, diese Überlegung, und das ist der große Unterschied zwischen den beiden und das ist ja auch zwischen Intimität und Öffentlichkeit, denke ich, auch bei ihm eine sehr intime Kunst, die auch schwer zu verstehen ist für viele, wo auch dann gewarnt wird in den Ausstellungsräumen, dass man, also wenn Sie da reingehen, Solingen, da ist ja so ein eigener Raum, der ganz hinten abgeschlossen ist, wo man dann erst mal das Schild liest und so weiter, also wo man etwas erfährt, was sehr intim ist, was sehr persönlich ist, was eben etwas ist, was allerdings Frustell in seinen Happenings auch umsetzt. Ja. Ich habe eine Frage im Publikum. Ich wollte einen kleinen Kommentar abgeben, was ergänzen würde, dass er da nicht so ganz folgt, dass es nur eine Selbstbeschäftigung mit seinem eigenen Schubsaal ist, er hat es nachher auch kontextualisiert, er hat ja Lumumba, thematisiert, er hat Vietnam thematisiert, er hat also im Grunde genommen diese ganze Genoziderfahrung der Familie und der nachreglichen Lektüre darüber hat er in größeren Kontext gestellt. Da tauchten dann Worte wie Imperialismus, Kapitalismus, das tauchte alles auf. und Kolonialismus und so weiter. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Ich habe das jetzt hier ausgeklammert, weil ich das herausarbeiten wollte ein bisschen, aber du hast völlig recht, auch wichtig darauf hinzuweisen, er war natürlich ein ganz politischer Kopf, er war auch ein Stalinist, der hat gesagt, der Stalin hat mich befreit und nicht Amerika, er hasste Amerika und er hasste den amerikanischen Imperialismus, den amerikanischen Konsumismus und in dem Punkt war er natürlich auch ganz politisch, ja, klar, ja. Noch eine kleine kurze Anmerkung und zwar, er hat sich zum Beispiel später, als dieser Begriff der Holocaust-Kunst so bekannt wurde, there is no business like Shoa-Business, hat er sich extrem gegen diese Kontexte gewährt. Er wollte eigentlich möglichst nicht in solchen Ausstellungen sein oder seine Arbeit als Holocaust-Kunstthema also betitelt sehen. Er wollte ja kein Holocaust-Künstler sein, ja, ja. Gibt es sonst noch Fragen aus dem Publikum? Wenn nicht, dann würde ich erst mal sagen, herzlichen Dank, Herr Gillen, für Ihren Vortrag.